Montag, 13. Juli. Es gibt heute Gegenpoligkeit. Sehr oft wird man sich der zwei Seiten einer Medaille voll bewusst. Wichtige Entscheidungen fallen daher absolut nicht leicht. Verschieben Sie diese nach Möglichkeit um ein bis zwei Tage. Auch Kompromisse sind kaum zu erwarten. Es fühlt sich nach unüberbrückbaren Disenanzen an. Heute gemachte Vergleiche werden kaum halten. Im Privatbereich können aber Menschen, besonders in Liebesbeziehungen, trotz unterschiedlicher Interessen durchaus Harmonie erleben. Eine Plus- und Minusliste zu machen, bringt Sie Lösungen weit näher. Die Bauernregel sagt, wie das Wetter heute am Margareten steht, es noch vier Wochen geht. ein bisschen Herzinfarkt.